Das haben wir eben ausgedruckt. Danke. Mann, das ist viereinhalb Jahre her. Ich bin rein wie immer über dem Balkon. Sie hatten die Frau damals beinahe umgebracht. Die hat doch plötzlich angefangen zu schreien, die Frau Westkamp. Und was lese ich am nächsten Tag in der Zeitung? Dass die Frau ihren Ex-Freund angezeigt hat. Ja und? Da haben Sie sich nicht gewundert? Was heißt gewundert? Ich hab's doch bis heute nicht verstanden. Na ja, dann ist ja alles vorbei.